was geht leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute für euch mal im test der aktuelle beziehungsweise letztes jahr gekauft dböller schinken von nico kriegt man bei haage baumarkt habe ich ihn jetzt gekauft für fünf euro und ja ich würde sagen wir testen die einfach mal hauen zwei päckchen weg und schauen was sie drauf haben was haben wir in dem hier 6 gramm 1,5 pro böller eigentlich normal haben die von komet auch durchschnittliche lautstärke sind auf jeden fall gut laut für aktuelle beller sagen ein päckchen nehmen wir noch genau also für ein fünfer gehen die auf jeden fall durch sind auf jeden fall ganz normale dböller haben auf jeden fall eine relativ gute lautstärke für ein fünfer kann man da eigentlich nichts falsch machen und dann würde ich sagen bis zum nächsten video haut rein explosive fireworks bis zum nächsten video